Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Ich bin der Allian, ich bin der Gamer und fangen wir jetzt mal gleich an. So, das ist mein erstes Video, wir spielen Flipmaster. Ja, mir geht auch das Spiel und ich komme zusätzlich noch aus Österreich, ich bin halb Kamerunier. Und ja, starten wir. So, Flipmaster ist, wo man Saltos machen kann, Flips und so. Und man muss probieren, nicht so dass der Kopf am Trampolin landet, sonst stirbt man. Ja, es geht so, oben steht mein Rekord. So, 532. Mir taucht das Spiel, weil, wenn ihr lahmweilig ist, dann spiele ich das gerne. So, lade ich das Spiel runter. Ja, ist ein total cooles Spiel. Oh mein Gott, da war ich jetzt schlecht. Und Leute, ja, das Spiel ist so, das gehört. Und das sollte mal zu einem der Top-Spielen gehören. Ja, und das spiele ich halt so ein paar Mal. Und das sollte euch halt tauchen. Jetzt bin ich total schlecht, ich weiß auch nicht wieso. Ich spiele einfach nochmal. Und so, wenn ihr wollt, dass ich mein Rekord knacke, da total schwierig ist, dann, like das Video und schreibt in die Kommentare, ob ihr in Teil 2 wollt und ob ihr sehen wollt, ob ich einen neuen Rekord machen will. Ja, und dann gibt es halt eben Skins. Die sind auch cool. So dass der Junge... Aber jetzt spinnt er schon wieder. Das ist Mädchen. Das spinnt die ganze Zeit am Egal. Okay. Das ist der sozusagen Fette. Er ist auch nicht schlecht. Aber den muss man sich kaufen. Dann braucht er einen Hund, glaube ich. Schauen wir mal. Oder vielleicht eine andere Fette. Ah, der Ninja. Der ist cool. Ja, der kostet 4,99. Und dann gibt es noch der Alte. Okay, Trampolinspringen. Okay. Oh, da ist der Hund. Und das ist Superman. Okay. Und dann gibt es noch viele andere. Aber spielen wir noch ein paar Mal und dann schauen wir mal. Mag ich jetzt auch meinen Rekord? So ist keiner. Ich hoffe. Jetzt klemmt das. Na bravo. Okay. Jetzt klemmt das. So. 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 Ich habe gesagt, ich schaffe mehr als 200. Ach, scheiße. Werbung. So. Egal. 90. Hätten wir. Ich bin es erst einmal und dann sind wir mal fertig. So. Heute war mein erstes. So. Heute ist mein erstes Video. Und ich mache jeden Freitag ein neues Video. So. Ich bin ein Gamer und mache vielleicht auch Vlogs. Aber auch vielleicht nur vielleicht. Und ich bin ein Tänzer. Ich könnte euch zeigen manchmal wie ich tage. Zusätzlich bin ein Gamer. Und das sollt ihr euch merken. So. Ich spiele noch das letzte Mal. Weil ich jetzt so wenig geschafft habe. Denke ich mal. Ich schaffe über 100. Jetzt klemmt das schon wieder. Okay. Jetzt geht es wieder. Über 100. Glaubt ihr, ich schaffe das? Scheidenkleister. 35. Oh mein Gott. Okay. Ist doch egal. So. Das war es dann. Wir sehen uns beim nächsten Video am Freitag. Und. Teilt das Video. Und ja. Wir hören jetzt auf. Peace. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.